Ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht, Alter. Oh, das ist ja doch, oder? Kann das sein? Nee, eine andere. Das ist, wo ich arbeite. Anigma Games. Smaller game development company, where we work on software on behalf of game publishers. Much of what we do is keep under warps by none. Disclosure agreements, my co-worker here, who shows little care for NDAs, is Sunika Tokiwa. She works on a project separate from my team, but she is undoubtedly one of Enigma's top programmers. Oh. 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 Naja, ichi na renne, nagehんな ja. Ah, ko-koh-koh-koh. Arigatou na. Ja. Ahle? Ainta so, ちょっとやる気復活した? Ha? Nande? Program. Daibu進んでるじゃん. Otatoi to比べて300 line程度だけど. Omae, 別チームのプロジェクトだろ? So,堂々と盗み見すんな. Naja, いいじゃない。 減るもんじゃなし。 同じ会社の仲間なんだからいいでしょ? 自分だったら全部見せるよ. Ano na, なんのためのパーテーションだと? Teka, 何しに来たんだよ? だから冷やかしだって. Yata, この間の大喧嘩が効いたかなって. Um. あんた本当は才能あるのにさ。 あの子がいなくなってからこっち。 どんどんやる気なくしてたじゃない? それはもういいだろ? ん? うん。 別に虫返すつもりは全然ないんだよ。 でもさ、分かってほしくてさ。 問題は俺にある。 お前が言ってんのは正論で。 お前はなんも悪くないから気にすんな。 ふぅ。 そういうことじゃないんだけど。 全然わかってないみたいだから、何度でも言ってあげる。 何もかも自分のせいだとか思い込んで、あんまり背負いすぎないようにしなよ。 ああ。 ねえ。 そのパンってさ。 あの子が。 シーナが好きでよく買ってきてたやつだよね。 下のコンビニの。 だな。 あいつ。 うまいから食えって。 絶対俺らの分まで買ってくるんだよな。 そのうちあんたもそればっかでさ。 がっしり絵付けされてんじゃん。 あ。 どうしたの? 絵付けか。 自分でも気づかなかった。 あんたもさ。 たまに天然なとか見せるよね。 シーナがいなくなってから。 そろそろ一年か。 そうだな。 あと。 ワールズオデッセイのプロジェクトが終了してからも。 一年だ。 ワールズオディッセイ。 ワールズオディッセイ。 something abbreviated as VOD for short. Aneepma stack the company's fate into developing a VRMMO program. So short for a virtual reality method multiplayer online game. OK. ディッセイ。 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 начинающい。 ディッセイト、 エディッセイルzioneと動き判断して。 But the assets were immediately frozen and Agile froze their funding too. We had it all, we knew that it couldn't be done. It was too much of a burden for some young girl to do by herself. Couldn't help but seems with anger, hearing everyone shift the blame onto her and whisper behind her back. I couldn't believe that she was like that, but I couldn't see her as much as I thought. You're too much thinking. What the hell, I'm always going to hang out with you today. That's why I was like, I'm not a bad guy, I'm not a bad guy, I'm not a bad guy. What the hell? Hey, hey, can I do this to myself? I'll just playfully as she pointed her fingers toward my face. Then from all of the blues, something was thrown onto my desk. Uwa! Ero! Was ist das? Hm, ich habe ein Sample gemacht. Oh, okay. Das ist die Anzeige, nicht wahr? Die Heroin... O-Pei-Mouse-Pad! Das Kuss! Stopp! Ich weiß nicht, ob ich diese Novelte machen kann. Ich weiß nicht, ob ich die Zielsetzen kann. Ich habe es geschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen schlafen habe. Sie ist ein Forenchen. Sie ist ein Master of the Art of Conversation, zu dem Punkt, dass ich nicht mit wie schnell sie durch Internet geht. Sie ist ein Board of Passion, die in ihrer Arbeit in ihrer Robbys poursitzen. Es ist plötzlich so. Ich hoffe, dass sie immer in diesen kleinen Säiz an spiel sind. Ich bin sehr schön aus. Sie sind in den Kupften. Ich bin sehr gut aus dem Kupfen. Sie sind in den Kupfen. Ich bin ein Kupfen, ich bin einfach aus dem Kupfen. Ich kann es nicht mehr ausprobieren. Ich bin ein Kupfen. Ich bin ein Kupfen. Ich bin ein Kupfen. Na, ich bin ein Kupfen. Ich bin ein Kupfen. Ganz kurze Pause! Spam. 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 Das ist, wenn ich mein Maus-Cursor über die Sender-Line pute. Die E-Mail-Adresse, die displayed war, shina.wod.com Das war die E-Mail für Shina. Die Frau, die sie besucht hat. Ich wollte mich nicht mehr über die Garten. Ich wusste, dass ich es in der Zeit zu verabschieden habe. Was ist denn die E-Mail mit dem Adresse? Ich habe sie gesehen, dass es eine Entspanierung gab. Ich konnte herausfinden, was es war. Objektiv, dass die E-Mail geöffnet wurde. Tried my best to extract the compressed file with a few basic expansion tools, but for whatever reason I couldn't open them. Try as I might, I couldn't open the attachment. My brain was being pulled from all directions, first the center line, now the attachment. My frustration made my cheeks beat red, but there was nothing that I could do to open it. I was at a loss. My next curse of action was to access the world's odyssey servers, knowing full the server properly deactivated. Hey, hey, you're a mess! After the attack, the data was removed, but why are you moving? It's a mess. Was ist denn so? Was ist denn so? Ich glaube, dass die Verlust durchgeführt wird. Das ist so schlimm. Als ich das letzte Mal hatte, war es nicht so schlimm. Es ist wahrscheinlich kein Verlust, dass die Verlust durchgeführt wird. Wie soll die Verlust durchgeführt werden? Was ist das? Nein, das ist nichts. Ich bin der Verlust. Ich habe einen weiteren Verlust, den Sie in der Kiste gescheitert. Die Unfalle von Sheena und Niinomiya. Wir haben eine Begründung der Unfalle zu den Autoros, aber ich hatte nie unbekannt, dass sie den Kiste spielen. Wir waren genutzt, die wir mit einem Arm umfassendung für zwei Jahre zusammenarbeiten. Wir haben eine gute Freundin gescheitert. Ich bin sicher, dass sie sie ausgeführt hat. Sheena war wunderschön, aber es gab momenten, wo er her mind nicht dritten. Die Kunde hat mich gefragt, Sie asked me to take Sheena under my wing, so that not only would she be cultivated an understanding of our company, but she would also become an experienced professional and one that our company had planned on grooming to the highest echelon. When stressed from the job got the better of her, noticed her slip over to the bathroom where I knew she'd cry by herself in the stall. However, it was always done directly, never getting in the way from her giving 100%. Her unbridled assessment always surpassed our team's expectations, but what made her truly special was the sensory in her work. I know because I spent nearly every day with her. Sheena would never ever walk away from her job without any explanation. This game was her life, her legacy. It's hard to imagine anyone walking away from it without any care or remorse. There has to be something fishy behind her suddenly disappearance. Nothing else makes sense. The police didn't share my conclusion and were more invested in the belief that she willingly ran off instead of something more nefarious. As Sumika mentioned, I've been feeling hollow error signs. All I wanted was an answer, something to make sense of the strategy. I even thought that I could hire a private investigator, but both of her parents had passed away and she had no other surviving realities. For anyone else, that would have been enough reason to leave it be, but neither Sumika nor myself were willing to do so. Even as the two of us said about cleaning out her vacated office, we might know we will find Sheena. Account name Sheena, status activate, last online 3 minutes ago. Okay. Sheena, what did you say, offering? Welcome to the show. Hm ... Gah ... ... ... ... ... ... ... Ich habe mich überrascht, und ich habe mich überrascht. Entschuldigung, Mizu-Nasi. Ich habe mich überrascht. Was? Mizu-Nasi? Ich habe keine Antwort. Das heißt, dass ich noch nicht zurückgekehrt habe, und ich habe noch nicht zurückgekehrt. Hier? Das ist nicht sicher. Nein, nein, nein. Hier ist ein Feld von Wurzodessay, vor der Artis-Nasi. Hey. Ich habe mich überrascht. Oh, das ist... Ich bin Enigma. Das ist das? Vielleicht ist es Mizu-Nasi? Oh, das ist mir. Du kennst dich das? Ich habe mich überrascht. Natürlich, ich habe mich überrascht. Ich liebe mich überrascht. Oh, aber... warum hast du急, die Abitur gemacht? Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. überrascht. Ich habe mich überrascht. Soll ich mir das, wenn ich mich so schreibe, dann kann ich mich sehr gut aussehen. Ja, das stimmt. Okay, jetzt müssen wir uns erst einmal in der Zeit zu lösen. Ihr Name ist Ninomia Cina. Ich habe mich selbst gemacht, und das habe ich mir gedacht. Ah, ja. Und dann ist es, dass du dein Körper im Moment ist. haha Dann gehen wir weiter. Ich weiß nicht, was ich in der Tat zu wissen, was ich nicht. Aber wie ist das, was ich? Ich weiß nicht. Aber es ist so weird. Diese Welt ist, als ob die Realität. Wenn man nach links oder nach links schaut, ist es ein Wirds Odessei. Das ist VR. Das ist ein VR-Dash. Du hast einen White Rabbit in deinem Gesicht gelegt. White Rabbit? Das ist eine Art von Alice Code. Die Spieler sind die Welt zu sehen und die Gäste zu spielen. Das ist die Welt zu sehen. 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 Ich fühle mich an, was ich? Was? 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 Ich dachte, dass ich mich nicht mehr verletzen wollte. Wie war das? Was? Was ist das? Das ist, dass ich die Trance-Type trance-Type-Vrhe. Das ist, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Was ist das? Oh mein Gott, hast du das vergessen? Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen die Erinnerung. Erinnerung? Die Erinnerung und die Erinnerung und die Erinnerung im Moment. Siehna, du kennst dich das Spiel? Ich habe nicht gedacht. Ich denke, ich denke, ich habe die Erinnerung. Ich habe mich die Erinnerung im Moment, und ich habe die Erinnerung mit den Schleuchten. Es ging, ich habe mich immer noch nicht in die Erinnerung. Ich habe die Erinnerung, ich habe nur ein bisschen Angst, das ich habe. Und ich habe immer noch nicht vertreuert. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch nicht gegeben. Ich habe das Gefühl, ich bin mir in die Erinnerung. Hier ist es, dass du ein Jahr lang verletzt hast, und du bist nicht verletzt. Verletzt... nicht verletzt? Hä? Das ist wirklich? Ja, natürlich. Du kannst auch die Polizei senden. Ich und TOKIWA haben, dass du dich verletzt hast. Ich dachte, ich habe immer noch ein paar Fragen. Ich habe mich für mich, aber ich habe mich gefragt, ob du bist, dass du in deinem Leben verletzt hast? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht vorstellen, dass du in diesem Weltkrieg bist. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mich nicht überrascht habe, aber ich habe mich nicht überrascht. Ich denke, dass ich mich nicht mehr als die Schmerzen der Schmerzen verletzen kann. Ich denke, dass ich mich nicht mehr als die Schmerzen verletzen kann. Ich glaube, dass ich noch nicht mehr als ein halbes Verletzen verletzen kann. طツナしさんと一緒にこの世界を作った時の記憶も ちゃんと頭の中にあるのに それと同じくらいの濃さで ここでの記憶も存在してるんです それはアリスコードエンジンの人工知能制御機能が 作用しているかもしれないな え? お前が設定したプレイヤープロフィールが ゴーストのようにお前と一緒にいる Vielleicht ist es so, dass du dich umdrehen kannst. H-h-hier, bitte! Ich bin wirklich schade, aber... Es ist ein Schade. Es ist nicht so einfach, dass man sich umdrehen kann. Aber du... Warum hast du mich zuvor? H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Aber... Das ist schon so, von vorhin. Es gibt einen kleinen Böden, und es ist ein Böden. Ich verstehe. Das Böden der Böden war ein Böden. Warum? Was ist das? Ich habe schon aus dem System herausgefunden. Es gibt keine Logout-Methe. Das ist ein Verrückte. Ich denke, es ist so ein Verrückte. Was ist das? Das ist wirklich... Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Was ist das auch für einen Bug? Es ist nicht möglich, aber... Es ist vielleicht etwas besser. Was ist das? Du hast, als ich meine Namen und meine Namen, die verabschieden worden sind, die drei Personen verabschieden. Was ist das? Was ist das? Ich bin es begeistert. Der Director des Diefen und der Hauptprogrammer, ist es wichtig, dass es ein Wörter zu vergeben. Es ist ein Wörterreiner, von dem ich das nicht geholfen habe. Ich glaube, ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich bin es sicher. dass ich eine große Rolle im Projekt vor dem Projekt verringen, dass es eine Art, die mich auf den Weg gemacht hat. Das ist das. Ich denke, dass es ein Mensch ist. Ich muss sofort zurückkehren und zurückkehren. Aber wie kann man das, wie kann man das Leben aus dem Weltkrieg aus? Man kann es nicht logisch aussehen! Moment, was ist das? Das ist das Ending Logout. Oh, das ist das! Das ist das! Ich habe nicht gedacht, dass ich in MMO-RPG habe. Ich habe eine gute Einheit, die Wurzodessé bei Wurzodessé. Ich habe mich mehr als erheblich gemacht und ich habe mich als erheblich gemacht. Ich habe mich, als in der Welt zurückkehlt, und ich habe mich, als ich, wenn du dich in deinem Gefühl hast. Ich habe mich, dass du dich wiederholst. Ja? Ich werde mich nicht sicher sagen, aber ich kann mich nicht da sein. Ich kann mich nur nicht hierherstellen. Ich weiß nicht. Ich bin schnell auf die Last World, um den Lastboss zu verabschieden. Ich verstehe! Okay, ich bin bereit. Wenn ich mich überraschend und logreifte, dann kann ich auch wieder passieren. Ich kann auch mit der Sumika und Lidia treffen, oder? Ich bin auch mit der Mitznasie, nicht wahr? Ja, genau. Ich werde mir den Ende des Endes unterstützen, also ich bin sicher. Ich bin bereit. Der Wettbewerb ist der Welt, der Welt des Odysee-Johs. Ich verstehe die Richtung, nicht wahr? Natürlich! Das ist das meine gemachte Spiel! Sollte ich mich zum Stolfeil zu gehen? Ich bin nur ein paar Minuten. Ich bin wieder zurück. Ich werde wieder nachdenken. Ich bin schon wieder nachdenken. Ich bin schon wieder? Ja, Sina. Ich werde ein paar Mal sagen. Ich werde sterben. Ja? Was ist das? 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 Das ist das? Das ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020